Und diejenigen, genau, die kein Feuerzeug, kein Handy haben, die haben vielleicht nur Leuchte, wenn sie es einfach hochhalten können. Und wer es geschafft hat, der kann auch gerne Wunderkerzen anmachen, die haben reingesprungen. Genau, und diejenigen, die einfach nicht mehr haben, wenn es leuchtet, die halten einfach die Hände hoch. Das ist so schön. In den weißen Teilen haben, sich holen sie zu verletzen. Das ist so schön. Das ist so schön. Das ist so schön.